Herzlich willkommen zu unserem Polit-Talk-Redaktionsbesuch am Montagabend, liebe Zuschauer vom SKB. Wir haben heute Prominentenbesuch von der Piratenpartei. Anke Domscheit-Berg, eine bekannte Politikerin, eine bekannte Wirtschaftsexpertin auch, die schon bei Microsoft gearbeitet hat und jetzt in der Politik auch für Furore sorgt und auch in den Bundestag möchte. Schönen guten Tag, Frau Domscheit-Berg. Guten Tag. Frau Domscheit-Berg, Sie kommen oder stammen ja hier direkt aus unserem Sendegebiet hier in Westbrandenburg. Woher kommen Sie da? Ich bin in Premnitz geboren. Die ersten sechs Jahre meines Lebens habe ich da gewohnt und dann sind wir in den Osten von Brandenburg gezogen, nach Märkisch-Oderland und da bin ich dann aufgewachsen. Also eine richtige Brandenburgerin. Ja, ja. Jetzt wohne ich im Norden von Brandenburg, habe also drei Himmelsrichtungen von Brandenburg schon selber erlebt und bin wirklich mit Leib und Seele Brandenburgerin. Gefällt Ihnen das Land auch so? Ja, deshalb lebe ich ja da. Also Sie möchten gar nicht irgendwo anders leben oder wohin? Nein, nein. Kommt natürlich viel rum, auch in der ganzen Welt haben Sie schon alles gesehen oder viel gesehen, denke ich mir. Ja, aber gerade dann fängt man, glaube ich, erst recht an, seine Heimat zu schätzen. Und das, was mir vielleicht fehlen würde, so ein bisschen was Mondaines ab und zu, mal rumkommen, Weltstädte, das habe ich ja noch ab und zu. Und dazwischen, da brauche ich mein Brandenburg. Berlin gibt es ja auch noch. Ja, Berlin ist auch nicht so weit weg, ist mit der Streckensperrung gerade etwas schwierig. Die Strecke nach Rostock ist ja voll gesperrt für planmäßig neun Monate. Inzwischen sind es schon fast elf. Kritisieren Sie das? Oder? Ich kritisiere auf jeden Fall die Kommunikation, die es im Vorfeld gegeben hat und die Planung, die an den Bürgerinnen und Bürgern vorbei abgelaufen ist. Das hätte man deutlich besser machen können. Der Schienenersatzverkehr läuft im Moment aber relativ reibungslos. Also es könnte noch schlimmer sein, man ist ja da einiges... Sie waren ja auch mal bei den Grünen und die setzen sich ja doch sehr ein für den öffentlichen Nahverkehr, die Piraten auch? Ja, wir setzen uns ja sogar für ein ausgedehnteres Recht ein, für den fahrscheinlosen Nahverkehr, den man dann auf anderem Wege finanziert. Das würde natürlich eine Stärkung des Nahverkehrs bedeuten. Mehr Menschen würden das machen können. Wir wollen in einem ersten Schritt aber auch, dass die Sanktionen, die es im Moment gibt, dass wirklich Leute in Gefängnissen sitzen, weil sie schwarz gefahren sind, dass man die zuerst abschafft, weil das einfach nicht angeht. Das steht in keinem Verhältnis mehr. Also wegen zweimal schwarz gefahren im Gefängnis sitzen. Geht das so schnell? Ja, zwei oder dritte Mal. Ich muss mal den Leiter unserer Verkehrsbetriebe fragen, hier in Brandenburg an der Hafe. Also in Berlin ist es definitiv so. Da sitzen Menschen im Gefängnis. Das kostet ja auch Steuergeld. Davon mal abgesehen, dass es ein persönliches Unglück ist, wenn einem sowas passiert. Das muss einfach nicht sein. Und außerdem, es gibt ja energiepolitische Ziele auch für die Bundesregierung. Und wir alle wollen ja auch, dass unsere Kinder und Enkel noch auf einem lebenswerten Planeten leben können. Und dazu braucht man unter anderem auch mehr Nahverkehr und weniger Individualverkehr. Mit jeder hat sein eigenes dickes Auto. Und da wäre das natürlich ein richtiger Schritt, um da hinzukommen. Nun haben Sie aber auch, glaube ich, trotzdem Sie eine Karrierefrau sind und waren, eine Familie? Ja. Kinder? Also sonst wäre das ja auch ein sehr ödes Leben. Nur Arbeit, das wäre nichts für mich. Was haben Sie für Kinder? Wie viele haben Sie? Ich habe einen Sohn, der ist zwölf Jahre alt, fast 13. Fängt auch schon an, sich mit IT und diversen Dingen zu beschäftigen und sorgt gemeinsam mit meinem Mann dafür, dass man auch die Erdung nicht verliert und dass man weiß, wo man zu Hause ist. Und da hat man den Garten, wo man sich rumtreiben kann und Sachen machen und hat da meine Wurzeln. Das ist im Prinzip meine Familie, mein Zuhause. Das brauche ich. Haben Sie ja die DDR noch kennengelernt und das war ja damals immerhin dieser SED-Stadt. Hatten Sie da überhaupt mal in irgendeiner Form eine Berührung mit denen, politisch oder so mit der SED oder gab es das nie? Oder war das für Sie von vornherein ausgeschlossen? Ich war 21 Jahre alt, als die Mauer gefallen ist und in dieser Zeit war ich Studentin im Erzgebirge. Ich habe angewandte Kunst, Textilkunst studiert und Künstler waren glaube ich zu allen Zeiten und an allen Orten dieser Welt ein bisschen vielleicht überdurchschnittlich kritisch und renitent. Und wir waren das auch und haben uns deshalb in der Wendezeit sehr stark engagiert. Das ist eigentlich die Zeit, wo ich Politikerin geworden bin, obwohl ich ja damals nicht in irgendeine Partei rein oder in die politische... Also sowas wie SED wäre für Sie unvorstellbar gewesen? Völlig unvorstellbar, nein. Also ich habe Unterschriften fürs neue Forum gesammelt. Wir haben jede Nacht Resolutionen an den Schreizmaschinen meines Großvaters. Und haben sich da engagiert und... Genau. Aber ich habe damals eine ganz wichtige Lektion gelernt und das ist die Lektion, warum ich heute Politik mache. Und die Lektion ist Widerstand macht Sinn. Auch wenn es so aussieht, als wäre irgendetwas, das mich frustriert, unabänderlich, weil es halt schon immer so war oder eben heute so ist. Wenn damals die Mauer fallen konnte, dann kann alles andere sich auch verändern, wenn wir dafür kämpfen und wenn wir genug Leute sind, die sich dafür einsetzen. Wenn ich diesen Glauben von damals nicht hätte, dann hätte ich gar nicht die Kraft und die Energie, um das heute zu machen. Ich hätte das ja auch kaum erwartet. Ich bin ja im Westen groß geworden und komme aus dem Westen. Also ich war völlig vor den Socken, als das passiert ist. Waren wir auch. Und das ist eine ganz große Leistung und dass dieser Unrechtsstaat dann verschwunden ist. Ich glaube, das ist schon mal eine historische große Leistung in diesem Jahrhundert und da kann man auch stolz drauf sein, auch als Deutscher, dass man die zwei Diktaturen zumindest überstanden hat. Wir als Volk können darauf stolz sein, dass wir das geschafft haben. Wir haben da, glaube ich, zum ersten Mal verstanden, wie viel Macht wir als ganz normale kleine Bürgerinnen und Bürger wirklich haben. Wir haben die Macht, was ganz groß ist, nämlich die ganze Gesellschaft zu verändern. Dass das am Ende nicht immer in die Richtung ging, die wir uns damals vorgestellt haben, das ist eine andere Geschichte. Aber deswegen darf man noch nicht aufhören damit. Deswegen müssen wir weiter an dem kämpfen, das sich verändert, damit es so wird, wie wir es eigentlich mal haben wollten. Textilkunst haben Sie studiert in DDR und plötzlich waren Sie bei Microsoft. Das sind ja nun Welten dazwischen. Das war ja auch nicht so ganz plötzlich. Also nicht Freitag Kunststudium, Montag Microsoft. Dazwischen lagen ein paar Jahre. Ich habe ein paar Jahre einfach gearbeitet, um Geld zu verdienen. Richtig gejobbt oder? Ja, im Prinzip richtig gejobbt. Was haben Sie da gemacht? Ich war Sachbearbeiterin bei einem Reiseveranstalter bei AmEuropareisen. Den gibt es heute noch. Ich habe in Bad Homburg und in Frankfurt am Main gearbeitet. Das war die frühen 90er Jahre. Da gab es wirklich sehr schlecht Arbeitsplätze, insbesondere hier in der Ex-DDR für Menschen, die ein Kunststudium hatten. Wer will einen da anstellen? Da ist alles zusammengebrochen. Und ich habe dann erst mal ein paar Jahre gearbeitet. Ganz hart. Wirklich jeden Mark und Pfennig waren es ja damals noch gespart, weil ich nochmal studieren wollte und einen Abschluss haben wollte, mit dem es mir möglich ist, wirtschaftlich unabhängig zu leben. Ich wollte nie von irgendjemandem abhängig sein, egal von wem. Von keinem Staat, von keinem Mann. Ich wollte die Freiheit haben, selbst zu entscheiden, was für mich wichtig ist und was ich will. Und das kann man nicht, wenn man nicht ökonomisch unabhängig ist. Ist wahrscheinlich so ein Ossi-Frau-Ding auch. Die waren ja in der Regel alle ökonomisch selbstständig und das habe ich halt sehr stark in mir. Deswegen war klar, ich muss nochmal was anderes studieren. Aber BAföG bekam ich nicht, weil ich ja schon mal DDR-Stipendium bekommen hatte. Deshalb musste ich mir mein Studium komplett selber finanzieren, auch den Unterhalt. Meine Eltern konnten das auch nicht. Und habe dann halt nach drei Jahren Sparen nochmal studiert, internationale Betriebswirtschaft. Ein Jahr war ich in England, in Newcastle, habe dort ein Masters gemacht, auch in internationaler Betriebswirtschaft. Und danach kam ich dann zur Unternehmensberatung. Eigentlich aus dem ganz einfachen Grund... McKinsey war das? Das war noch vor McKinsey, das war Accenture. Die hießen damals aber noch Anderson Consulting. Die haben dann mal so einen Namenswechsel durchgemacht. Das sind so die beliebten Leute in den Betrieben, wenn die kommen, die Controller. Naja, ich war im IT-Beratungszweig. Das waren also eigentlich nicht die, die irgendwo hinkamen und gesagt haben, hier sind irgendwie 20 Prozent so viele Leute, alle weg damit, sondern wir haben IT-Systeme optimiert. Das war eigentlich ein ganz interessantes Arbeitsumfeld, weil es sich ständig veränderte. Dann sind wir inzwischen bei Ende der 90er Jahre. Das war, wo die Internetblase immer größer wurde. Und es war aber alles auch total aufregend. Jeder sagt, der macht mit 100 Euro für die Aktien gleich eine Million. Ich habe meine Abschlussarbeit in England schon über das Thema elektronische Kommunikationsmittel geschrieben. Ich war total fasziniert davon. Und ich arbeitete die ersten Jahre für Kunden in der Telekommunikationsindustrie und habe unter anderem Prozesse entwickelt, wie die Kunden mit einer Firma elektronisch irgendwie interagieren. Und wenn es eine Beschwerde-E-Mail ist, sowas ging damals nicht. Das war, kann man sich heute ja gar nicht mehr vorstellen, aber da ging weder eine Rechnung elektronisch, noch eine Kontakt-E-Mail, eine Auskunft, eine Bestellung. Das gab es fast gar nicht, also nicht in den großen Telekom-Firmen. Das habe ich damals auf meinen Projekten hier und da entwickelt und eingeführt. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Als ich später gewechselt bin in den Bereich öffentliche Verwaltungskunden, habe ich diese Erfahrung eigentlich mitgenommen, weil Verwaltung ist so ungefähr zehn Jahre hinterher. Und das, was wir bei den Telekom-Firmen 96, 97, 98 versucht haben, denen beizubringen, nämlich, ihr müsst euch öffnen. Ihr müsst die Kommunikationskanäle benutzen, die eure Kunden auch benutzen. Und wenn die e-mailen, dann müsst ihr euch von denen auch e-mailen lassen und per e-mail antworten, nicht bloß Brief und so. Die Kunden wollen das. Das Gleiche gilt natürlich für Bürgerinnen und Bürger. Wenn ich als Bürgerin alles Mögliche online bestellen kann, ich kann Bewertungssternchen vergeben, ich kann kritisieren, was mir nicht gefällt und ich kann gucken, wo mein Paket gerade ist mit dieser Sendeverfolgungsnummer. Ja, warum kann ich denn das nicht mit einem Bauantrag? Also das, was Sie quasi in den Unternehmen damals gelernt haben, dass Ihre Erfahrungen, die wollen Sie jetzt auch in der Politik einsetzen und da für eine Verbesserung, für mehr Transparenz sorgen. Open Government heißt das große Stichwort. Das ist Ihr Fachgebiet und die Verwaltungen sind, das haben Sie gerade ja schon gesagt, jahrelang hinterher, meilenweit hinterher, da muss sich was verbessern. Und hat sich schon was verbessert? Hat sich was getan? Ja, im Vergleich zu den letzten Jahren gibt es durchaus Sachen, wo man sagen kann, da entwickelt sich was in die richtige Richtung. Aber wir sehen vor allem nicht, dass es eine gesamtdeutsche Entwicklung ist. Bei uns passiert sehr viel von unten. Einzelne Kommunen, die da wirklich großartig vorangehen. Friesland zum Beispiel hat sogar im Bürgerbefragungswerkzeug online das Liquid Feedback, das die Piratenpartei ja auch intern benutzt, benutzen die für Kommunikation mit Bürgern. Es gibt in einigen Städten schon Open Data Portale. Berlin war das erste, das wir hatten. Es gibt Online-Haushalte in verschiedenen Städten, über 100 Städte sind es inzwischen. Aber trotzdem fehlt mir so eine ganzheitliche Entwicklung. So die Gedankenwelt, die Einstellung von Verwaltung, wir sind eigentlich für Bürgerinnen und Bürger da, die fehlt noch an ganz vielen Stellen. Und da fehlt mir insbesondere, dass eine Kanzlerin Merkel sich mal hinstellt und sagt, Unsere Vision für Verwaltung und Politik ist Open Government. Wir wollen offen sein, transparent und partizipativ. Wir wollen nicht einmal in vier Jahren gewählt werden und danach machen wir, was wir wollen, sondern wir wollen in permanentem Kontakt mit Wählerinnen und Wählern bleiben, um zu verstehen, was deren Prioritäten gerade sind. Was sie an Feedback haben, an Anregungen haben, alles das, das passiert in anderen Ländern. Obama stellt sich hin und erzählt diese Geschichte. In England stellt sich der Präsident hin und erzählt diese Geschichte. Nur bei uns steht keiner auf. Kein Wovereit in Berlin sagt, Open Data finde ich toll. Das Open Data Portal kam im Prinzip auch dort. Wenn er das beim BR gemacht hätte mit Open Data, ich glaube, dann hätte man früher schon gemerkt, dass da die Lichter brennen. Genau so ist es. Er macht genau das Gegenteil. Nach wie vor sind die Dokumente, ein Großteil der Dokumente vom BER-Flughafen, sind unter Verschluss. Transparenz ist das Letzte, was man da sehen kann. Ein Pirat, Martin Delius, der leitet ja den BER-Untersuchungsausschuss im Abgeordnetenhaus Berlin. Der hat ein Portal aufgesetzt, BER Watch nennt sich das, wo er exemplarisch, und das kann ich mir super vorstellen für alle solche Großprojekte oder Untersuchungsausschüsse, dass man alle Informationen mal an einer Stelle zusammenträgt. Nicht mal Journalisten haben doch noch einen Durchblick, weil das schon so ein ewig langer Prozess ist, weil es so viel Papier gibt. Das ist tatsächlich so, ja. Das ist nicht einfach, was da abgeht. Das ist richtig. Aber deswegen sind sie ja auch zu den Piraten gegangen, um da was zu verändern. Und das hat man am Anfang ja auch sehr wohlwollend oder viele sehr wohlwollend oder sehr viele junge Leute auch sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen. Erstmal vielleicht aber nochmal die Frage, warum sind sie bei den Grünen dann weg? Weil die das einfach nicht gemacht haben. Oder weil ihnen das einfach gefehlt hat, diese Netzsähe. Es gab verschiedene Gründe dafür, die zusammengespielt haben. Ein Grund war tatsächlich, dass ich den Eindruck hatte, dass die Grünen rhetorisch in dem Bereich Open Government eigentlich die Besten sind in der politischen Landschaft. Also jetzt von Piraten abgesehen. Wunderbare Konzepte, tolle Inhalte und Koalitionsverträge, zum Beispiel Nordrhein-Westfalen. Punktuell werden auch Sachen umgesetzt. Zum Beispiel Bremen ist Vorreiter auf dem Gebiet. Aber von dem größten deutschen Land, von Nordrhein-Westfalen, habe ich viel erwartet. Ich hatte alle meine Hoffnungen da reingesetzt und war total begeistert, dass Open Government mit Open Data Portal alles richtig toll in diesem Koalitionsvertrag drin stand. Und inzwischen ist es Jahre her und das gibt es immer noch nicht. Es ist leider bei Wörtern geblieben. Und ich will aber endlich irgendwo sein, wo man dieses Thema so hoch priorisiert, dass es, wenn man in Verantwortung ist, auch umgesetzt wird und nicht bloß bei schönen Wörtern bleibt. Also das war für mich ein ganz wichtiger Grund. Ein anderer war aber auch, dass ich den Eindruck habe, dass die Basisdemokratie, die bei den Grünen mal ein extrem hohes Gut war, ein ganz wichtiges Thema, zunehmend sich abgearbeitet hat und im realen politischen Alltag nicht mehr die Rolle gespielt hat. Die Trennung von Amt und Mandat wurde abgeschafft, Rotationen wurden abgeschafft. Seit 15 Jahren sieht man immer die gleichen Köpfe an der Spitze, die für sich alleine genommen keine schlechten Köpfe sind. Aber 15 Jahre immer die gleichen, heißt, ich habe keine Durchlässigkeit von unten. Das wären nicht die einzigen drei klugen Köpfe. Das ist richtig. Bei den Piraten sieht man verschiedene Köpfe, aber die sind dann wegen Überarbeitung oftmals, weil alles ehrenamtlich läuft, dann auch mit Burnout und so weiter schnell weg, wieder weg gewesen vom Fenster. Ich meine, Designdruck entstand natürlich auch. Ja, das ist unser Problem. Ein Problem des sehr schnellen Wachstums. Also als Unternehmensberaterin habe ich das auch bei anderen Organisationen erlebt. Gerade so in der Internetblasenphase gab es Unternehmen, die sehr schnell, sehr groß gewachsen sind. Das ist außerordentlich kritisch, so etwas als Organisation zu verarbeiten. Und das ist für eine Partei gar nicht anders. Die Strukturen und Prozesse sind gar nicht da für so etwas Großes. In Brandenburg hat sich die Piratenpartei in einem einzigen Jahr verdreifacht. Das heißt, wir sind dreimal so groß. Wir kriegen aber die Parteienfinanzierung, gibt es mit anderthalb Jahren Verzögerung ungefähr. Das heißt, die Gelder, die wir jetzt bekommen, beziehen sich auf eine Partei, die nicht mal ein Drittel so groß war wie heute. Und damit müssen wir uns finanzieren. Dazu kommt, unsere Mitgliedsbeiträge sind relativ niedrig, denn wir wollen keine Menschen aussperren, nur weil sie Mitgliedsbeitrag nicht bezahlen können. Dazu kommt auch, dass wir nicht so viel Spenden und Parteisponsoring kriegen, genau genommen gar nichts, im Vergleich zu anderen Parteien. Ein einziger SPD-Parteitag 2011, da wurden 400.000 Euro eingenommen als Sponsoring. Vielleicht hat der Steinbrück ja was zugegeben von seinen Honoraren. Ja, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, was man da so an tollen Nebenjobs als Politiker der Großparteien haben kann. Das ist ja bei uns auch nicht so. Also auf jeden Fall sind wir, was Gelder angeht, extrem mager ausgestattet und müssen das ausgleichen durch eigene Arbeit. Wir können keinen Mensch einkaufen, wir können niemanden beauftragen, wir können keine bezahlten Jobs machen. Und natürlich ist das eine extreme Belastung, wenn das Menschen inklusive Bundesvorstand für 30.000 Mitglieder, die es ja inzwischen sind, wenn man das im Ehrenamt macht. Frau Donscheidberg, warum können sich dann die Piraten oftmals auch auf Führungsebene nicht leiden? Der Spiegel hat jetzt eine große Geschichte gemacht darüber, dass es immer wieder Probleme gibt, dass man sich gegenseitig beleidigt, dass der Fraktionschef der Berliner Piraten da eine SMS geschrieben hat, die nicht gerade besonders anständig war. Aber warum passiert sowas? Ich meine, man weiß es doch von anderen Parteien, wie es da läuft. Wieso passiert sowas auch bei den Piraten? Man weiß, dass es in allen Parteien menschelt, weil in allen Parteien Menschen drin sind. Und das ist bei uns nicht anders. Es ist auch in anderen Parteien nicht alles Eitel-Sonnenschein auf dieser Ebene. Da passiert aber mehr auch, ohne dass man es mitbekommt. Also man kriegt ja schon so die Folgen öfter mal mit. Also gerade was so um Rösler herum in der FDP, da weiß man ja, also Rosa ist die Welt dort auch nicht bei der FDP. Aber natürlich ist es unbefriedigend, wenn man bei uns das ganz besonders transparent mitbekommt, weil Piraten dazu neigen, das immer alles in die totale Öffentlichkeit zu tragen. Ich persönlich bin davon keine Freundin. Ich finde das nicht so super gut, auf die Weise miteinander zu kommunizieren. Und wir lernen jetzt im Prinzip auf die harte Tour, dass es besser ist, das anders zu machen. Und was ich ein bisschen schade finde, ist, dass diese einzelnen Querelen, die stattfinden, die für einen Basispirat aber eigentlich nicht so, also sie sind schon schlimm für uns, aber sie beeinträchtigen uns in der... Die Außenwirkung kommt halt damit negativ. Ja eben, also die Außenwirkung ist hauptsächlich das Problem, aber für uns selber, wir funktionieren ja anders als andere Parteien, ist ein Bundesvorstand, hat eine ganz andere Rolle. Der wird bei uns intern immer gerne ein bisschen als Hausmeistervorstand bezeichnet, weil es eigentlich eher eine Verwaltungsfunktion ist. Das heißt, die Arbeit und die Entscheidungen über politische Ausrichtungen, Programme, die trifft die breite Basis. Und das macht die die ganze Zeit weiter. Die sitzen in Arbeitsgemeinschaften, die arbeiten an Anträgen, an Programmteilen, bereiten Parteitage vor. Das machen wir alles. Aber darüber wird natürlich wenig berichtet, weil es weniger sichtbar ist und weil es sich nicht so schön zur Berichterstattung eignet wie A kann B nicht leiden. Aber trotzdem gab es ja hervorragende Erfolge. Ich meine, man zog in verschiedene Landtage ein und hatte ja auch ein neues Wählerklientel erobert. Zum Beispiel in Berlin 20.000 bisherige Nichtwähler an die Urnen gebracht. Ich meine, das ist natürlich dann schon mal was. Und jetzt auf einmal sinken die Umfragewerte auf drei Prozent. Wie erklären Sie sich das? Also in Berlin sind die Umfragen immer noch bei neun Prozent, wenn ich mich nicht irre. In Brandenburg waren die letzten bei vier Prozent. Das ist von der Fünf-Prozent-Grenze gar nicht mehr so weit entfernt. Aber natürlich ist das eine Delle, die wir gerade erleben, die bestimmt auch mit der Öffentlichkeitswirkung zu tun hat. Wir haben ja jetzt noch einige Zeit bis zur Bundestagswahl. Ich bin auf Listenplatz zwei. Warum nur auf zwei? Der Spiegel hat geschrieben, Sie hätten auf eins gehört und nicht der andere. Naja, das hat ja nicht der Spiegel zu entscheiden. Also ich hätte mich auch lieber auf eins gesehen. Das liegt in der Natur der Sache. Aber wir sind, wie gesagt, eine Basisdemokratie. Die Piratenbasis hat entschieden. Ich bin auf Platz zwei. Wir gehen als Doppelspitze in den Wahlkampf. Aber ich komme nur rein, wenn wir sieben Prozent kriegen. Das heißt, mein persönliches Ziel ist nicht nur diese fünf Prozent. Wir möchten diese sieben Prozent haben, damit wir auch mit Man-and-woman-Power da reinziehen können. Und es gibt auch einfach total viel zu tun. Und ich glaube, was wir brauchen, sind Gelegenheiten, um auch mehr von unseren Inhalten zu erzählen. Auch Sachen, wo wir politische Arbeit in den Landtagen wirklich abliefern und nicht bloß Rhetorik. Also dieses BER-Watch kann sich jeder angucken. Das ist live. Das wird jetzt schon in Berliner Zeitungen darüber geschrieben, dass das eigentlich quasi die Blaupause sein sollte, wie künftige Untersuchungsausschüsse arbeiten sollten, weil es erstmalig umfassende Transparenz schafft. Aber Sie würden nach vier Jahren dann wieder rausgehen aus dem Bundestag? Das würde ich schon, ja. Sie würden ja nicht jetzt kleben bleiben wie viele andere. Dann vier Jahre später wäre ich fast 50 und da habe ich, glaube ich, keine Lust mehr auf Politik. Also für mich ist das jetzt schon, es wäre eine sehr starke Zensur in meinem Leben. Ich bin nach 15 Jahren Arbeit, insbesondere für sehr große Unternehmen, für Accenture, McKinsey, Microsoft, bin ich vor anderthalb Jahren, in zwei Jahren sind es jetzt fast, bin ich raus, habe gekündigt, weil ich wirklich frei sein wollte in meinen Entscheidungen, in dem, was ich tun möchte. Und ich wollte meine ganze Zeit haben, um mich den beiden Themen zu widmen, die mir im Leben im Moment am allerwichtigsten sind. Dafür habe ich zwei kleine Unternehmen gegründet. Das eine befasst sich mit dem Thema, wie kann man es schaffen, gläserne Decken für Frauen einzureißen. Dann mache ich Trainings für die Frauen oder Schulungen für die Vorstände selber. Und das andere ist dieser Bereich Open Government, wo ich erreichen möchte, dass Politik und Verwaltung transparenter und partizipativer werden. Früher habe ich das auch schon gemacht, aber am Wochenende nachts habe ich Urlaub genommen. Das schafft man nicht. Ich wollte aber diesen ganzen anderen Kram nicht mehr haben. Und die Frauenfrage ist ja auch für Sie noch eine wichtige Geschichte. Genau. Und das jetzt quasi ad acta zu legen und vier Jahre eigentlich nur noch Politik zu machen, wo es dann um alle Themen dieser Welt geht. Weil im Bundestag wird nicht bloß über Frauengleichberechtigung und über offene Verwaltung gesprochen oder transparente Politik. Da gibt es ja alles. Da muss man in allem mitarbeiten. Frau Domstadt-Werke, Sie sind eine sehr kluge Frau. Und Sie waren bei Microsoft und Sie waren ganz oben und Sie kennen sich da aus in diesen Strukturen, in dieser Männerwelt. Und Sie kritisieren immer, dass da viel zu wenig Frauen drin sind. In den Aufsichtsräten, in den Vorständen, DAX-Unternehmen und so weiter. Warum kritisieren Sie das? Und was könnten Frauen da besser machen oder anders machen, als in dieser bisher doch immer noch vorhandenen Männerwelt in der Wirtschaft? Die Frage ist natürlich ein bisschen einseitig, weil ich glaube, dass es wirklich auch Gründe gibt, die auf Seiten der Frauen liegen. Ich glaube aber nicht, dass das die größten Gründe sind. Das heißt, wir müssen uns natürlich alle Fragen angucken, aber wir dürfen nicht die Fragen vergessen, was können Unternehmen tun, was können Medien tun, was kann Politik tun. Da kann man auf all diesen Seiten eine ganze Menge machen, um mehr Frauen in diesen Führungspositionen zu bekommen. Dass das nicht gut ist, dass wir dort so wenig haben, liegt ja eigentlich auf der Hand. In den DAX-Vorständen sind es jetzt irgendwie 7%, immerhin verdoppelt in ein, zwei Jahren. Wenn wir uns die 200 größten Unternehmen angucken, sind es 3%. 97% Männer in den Vorständen. Mir kann keiner erklären, dass die alle intelligenter, fähiger und kompetenter sind als alle anderen Frauen. Das ist einfach nicht wahr. Das heißt, was ich mal in meinem BWL-Studium gelernt habe, dass der Mensch ein ökonomisch entscheidendes Wesen ist, insbesondere in Vorständen von Unternehmen, das stimmt einfach nicht. Meine persönliche Erfahrung, jede Statistik spricht dagegen. Auch der Umstand, dass Menschen unterschiedlich bezahlt werden für gleichwertige Aufgaben, ist ja eine so eine Sache, das hat nichts mit rationalen Entscheidungen zu tun. Und wenn ich dann die erste, zweite und dritte Führungsebene nur mit der einen Hälfte eines, sagen wir mal, Goldfischteiches besetze, die sagen ja immer gerne so zu den Talenten, so unser Goldfischpool in Unternehmen, wenn ich dann nur die eine Hälfte befische, dann habe ich nicht nur die erste, zweite und dritte Wahl für meine ersten drei Ebenen, ich habe auch die vierte, fünfte und sechste, weil ich nämlich die erste, zweite und dritte Wahl aus dieser zweiten Hälfte des Teiches gar nicht angeguckt habe. Diese Talente benutze ich nicht. Ökonomisch ist das irrsinnig. Es gibt x Studien, die aufgezeigt haben, dass wirtschaftliche Betriebsergebnisse besser sind, Innovationskraft besser ist, die Corporate Governance ist besser. Das heißt zum Beispiel Risiken zu erkennen, hätten wir in der Wirtschaftskrise brauchen können. Dass da mal irgendeiner sagt, hier hallo von der Titanic, da drüben sind drei Eisberge. Da wäre man nämlich vielleicht nicht drauf gebrettert und nicht abgesoffen. Jetzt haben wir den Salat und müssen sehen, wie wir da rauskommen. Ich will nicht sagen, dass Frauen in allem besser sind und alle Probleme irgendwie nicht haben, aber sie sind anders auf ihre Art und Weise. Und ein gemischtes Team, in dem Frauen und Männer drin sind, hat mehr Perspektiven, mehr Erfahrungen, mehr Hintergründe und wahrscheinlich tatsächlich eine höhere Risiko-Aversität, was überhaupt nicht schaden kann. Also auch mehr Frauen in die Politik natürlich ist ihre Forderung. Ja, absolut. Unbedingt. Also eine Kanzlerin, das ist ja wie mit der Schwalbe im Frühling. Das reicht lange nicht. Gut, dann werden wir mal sehen, ob wir Sie vielleicht dann bald auch im Bundestag sehen. Das ist ganz einfach, Piraten wählen. Die Piraten. Es gibt natürlich auch noch andere Parteien, ist keine Frage. Aber Sie sind optimistisch noch, trotz der momentan nicht so tollen Umfrageergebnisse. Nein, wir wuppen das. Ja, sind Sie sich sicher? Ich bin sicher, ja. Okay, wir warten das mal ab. Ich bin optimistisch. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall alles Gute weiterhin. Danke sehr. Auch für Ihr Leben. Auch mit Ihrer Familie. Und möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie heute hier waren. Danke für die Einladung. Alles Gute. Das, liebe Zuschauer, war Anke Domscheit-Berg von der Piratenpartei. Heute bei uns hier im Polit-Talk. Und wir sehen uns dann nächsten Montagabend wieder zu einer neuen Ausgabe. Danke für Ihr Interesse. Danke für die Einladung.